Ja, wir sind jetzt hier mitten in Essen und ich habe jetzt das große Vergnügen, meinen tausendsten T5 zu machen. Und ich denke, viele kennen es. Ich habe mir heute mal den Maschinen-Highlight in Wanderkisch ausgesucht. Ist ein wunderschönes Industriedenkmal, wie man hier sieht. Muss so an die, ich schätze mal 30 Meter hoch sein. Wir haben schon ein Seil eingebaut und ja, jetzt schauen wir mal, wo die Dose ist. Gehen wir mal dran. Ja, ist eine schöne getarnte Moonbox. Sieht man, glaube ich, jetzt hier. Ja, und die wandert natürlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020